Ey Freunde, ich mach das hier nur wegen der Kohle Dieser Track ist nicht mehr als eine Durchhalteparole Denn im Film Güvercin, das könnt ihr mir glauben, passiert erstmal nichts Es geht ausschließlich um Tauben Die Hauptperson ist nämlich nur so von Tauben besessen Von Tauben, die chillen und Tauben, die fressen Tauben auf Dächern und Tauben in Massen Äh, hab ich die Küchenlampe angelassen? Wenn er nicht mit Tauben abhängt, ist er auf dem Auto hoch Aber ihm dazu zu schauen ist irgendwie auch doof Hier schaut er seinen Vögelein beim Fliegen nach Dieser doofe Taubenschlag auf mir bis heute noch den Schlaf Aber dann kommt plötzlich die Wende Scherz, der Film ist schon fast zu Ende Aber wer ganz bis zum Schluss durchhält, wird belohnt mit ner Szene, die alles auf den Kopf stellt Dann wird es brutal, leidenschaftlich und pathetisch Eine Szene, für die es trotz allem nicht zu spät ist Aber in ner Rezension soll man ja nicht spoilern Jetzt hab ich doch noch Werbung für den Film gemacht